Die Hintergründe für Lukas Geschichte und Klassenbewusstsein zu schreiben, du sagst es ja richtig, es ist eine Sammlung von Essays, ist im Wesentlichen die Reflexion auf das Scheitern der sozialistischen oder kommunistischen Revolution in Westeuropa nach dem Ersten Weltkrieg. Denn wenn wir uns die Westeuropäische Landschaft nach dem Ersten Weltkrieg anschauen, dann haben wir zum einen, von Osten herkommt die Oktoberrevolution und eben nicht kommen, sondern sich auf Russland beschränken. Und vor allen Dingen in Ungarn, aber auch ja in München, Revolutionäre Weltrepubliken in Ungarn, weil Lukas als Kommissar für das Erziehungswesen selber daran beteiligten. Diese sehr kurzlebige Republik wurde 1919 dann auch sehr blutig zerschlagen. Und Lukas geht daraufhin ins Exil nach Österreich und tritt dort in die Kommunistische Partei Deutschlands ein, wo er dann in der Kommentaren mitarbeitet. Und versucht während seiner Tätigkeit zum einen als Kommissar für das Erziehungswesen und dann auch später im Exil, die Problematiken der Arbeiterklasse und des klassenbewussten Proletariats, dass sie eben nicht in der Lage waren, die Revolution zu machen in Ungarn und das gilt dann eben auch weiter für die anderen westeuropäischen Länder zu reflektieren und zu versuchen, eine Art von Erneuerung einer Revolutionstheorie zu formulieren. Und jetzt direkt zum Werk. Im Kapitel der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis im Kapital von Marx beschreibt dieser die Verdinglichung des Menschen. Also das heißt nochmal konkret, dass die Ware eine Elementarform der kapitalistischen Gesellschaft ist und dabei bezieht sich Marx auf ein Verhältnis, das sich in dem Warentausch manifestiert, wo die Beziehungen zwischen den Menschen dementsprechend nur als Beziehungen zwischen Waren erscheinen und somit entsteht dann ein Verhältnis oder Beziehungen eben von gesellschaftlichen Dingen. Diese Verdinglichung denkt Lukas auch weiter und da frage ich mich, was das Konkrete ist, was bei Lukas sozusagen neu ist. Ich glaube, neu ist er eher weniger, es ist eine andere Akzentuierung. Und Marx legt sein Hauptaugenmerk eher auf den Prozess der Entfremdung des Arbeiters von seinem Arbeitsprodukt in der Form der Entäußerung, das heißt in der gesellschaftlichen Form der Produktion des Antiproletariens, während Lukas sich auf das Resultat dieser Entfremdung, also auf das verdinglichte Bewusstsein bezieht. Und in Geschichte und Klassenbewusstsein findest du auch vor allen Dingen in diesem Verdinglichungsaufsatz den Verweis von Lukas eben darauf, dass im Fetischkapitel das Gesamtmoment der marxischen Theorie und zwar das revolutionäre und dialektische Moment enthalten sei. Und dies ist aber eine Neuerung im Marxismus seiner Zeit und bedeutet einen deutlichen Bruch mit den vorherrschenden, sagen wir, marxistischen Theorien, die in der Sozialdemokratie dominant waren. Also ich glaube, was das Neue und vielleicht gar nicht so Neue, aber doch für seine Zeit Neue bei Lukas ist, in seiner Theorie und seiner Kritik der Sozialdemokratie, ist die Herausstellung der Dialektik als Moment der revolutionären Theorie. Dass ein wesentlicher Entzug der sozialdemokratischen Marxismus seiner Zeit ist gerade eben dieses philosophisch-spekulative Moment, nämlich Hegel in der marxischen Philosophie oder in der marxischen Gesellschaftskritik, herauszuschreiben. Und Lukas erneuert es daran. Er versucht den praktischen Mangel des Marxismus, der sich ja bewiesen hat, in dem Moment, wo die Revolutionen gescheitert sind, dadurch zu erneuern, dass er die Theorie mit Hegel und mit der Betonung des dialektischen Moments von Gesellschaftskritik und der Notwendigkeit der inneren Widersprüche und ihrer materialistischen Darstellung daran wieder zu erneuern. Und damit bricht er zum einen mit der Sozialdemokratie und eröffnet eben eine damals neue, auf jeden Fall revolutionäre, erneuerte Aneignung von Marx, die das Primat auf die Dialektik setzt und die Widersprüchlichkeit und Totalität, wäre dann ein anderes Schlagwort, was auch in diesem Zusammenhang gehört. Dieses Moment der Verschränkung von Freiheit und Ungleichheit oder dieser dialektischen Einheit davon, dass man eine Gesellschaft hat, die frei und unfrei zugleich ist, gleich und ungleich zugleich und ein Reichstum produziert, einen allgemeinen gesellschaftlichen Reichstum produziert in der Form der wechselseitigen Abschlüsse und aller Produzenten voneinander. Daran knüpft Lukas eben an und versucht aus dieser theoretischen Kritik heraus, die Theorie wieder praktisch zu machen für die Aushebung des gesellschaftlichen Umrechts. Und nochmal zurück zu dem Punkt des Ausgangspunktes, als er das Buch geschrieben hat und die Grundvoraussetzungen, also diese gescheiterte Revolution. Wie sieht er eben die Aufgabe oder wie schätzt er das Sein der ArbeiterInnen in der Gesellschaft und in auch einem Prozess der Überwindung von den bestehenden Verhältnissen? Ich glaube, man muss, und auch Lukas muss zu dieser Zeit die Rolle nicht besonders einschätzen, sondern eine lebendige, bestehende Arbeiterbewegung ist existent in allen Teilen der Welt. Das ist ein Faktum, von dem auszugehen ist, wo die Frage eher ist, da jetzt Klassenkämpfe stattfinden, nicht unbedingt in der Form von politischen oder politisch angeleiteten oder kommunistisch orientierten Klassenkämpfen oder eben auch gar nicht in der Form von Klassenkämpfen, aber Klassenaußenaussetzungen finden statt, ist vielmehr die Frage, wie diese eben eine transzendierende Richtung bekommen könnten. Und darin gibt es zwei Punkte, die in Geschichte und Klassenbewusstsein aufscheiden, die Lukas später in seinem Leben nochmal seitaus stärker betont. Da geht es ihm vor allen Dingen um das Wechselverhältnis von Bewegung und Partei, vor allen Dingen dann eben Arbeiterbewegung, die als lebendige Kraft da ist, auch in der Form von der lokalen, örtlichen und betrieblichen Selbstorganisierung, in der Form der Sowjets und der Arbeiterräte. Das ist ein wesentliches Element, das spontan aus der Arbeiterbewegung und aus den Interessen der Arbeiterbewegung heraus sich formiert und das Lukas sehr hoch hält und zwar gegen Bürokratisierung und eine Fetischisierung der kommunistischen Partei. Und nur in einem Wechselverhältnis davon von explizit politischer Kraft und explizit gesellschaftlicher Kraft heraus sieht er eine übergreifende Bewegung, eine gesellschaftliche Kraft, die die Möglichkeit hat, die wahrenproduzierende Gesellschaft zu verändern und zu befreien. Nun hat Lukas diese Essay-Handlung Gesellschaft und Klassenbewusstsein 1923 geschrieben, beziehungsweise da ist sie dann erschienen. Einige der Texte sind wahrscheinlich ja auch früher schon produziert und geschrieben wurden. Aber die Lohn- und Arbeitsverhältnisse haben sich seither verändert und auch transformiert. Also heute bedingen zum Beispiel Deindustrialisierung, Automatisierung und Verlagerung der Industriestandorte auch die kapitalistischen Umstände sehr stark. Und auch das Moment der Selbstständigkeit und der selbstständigen Arbeit hat nun auch einen großen Stellenwert in der Gesellschaft eingenommen. Und man kann ja so in den letzten 100 Jahren auch beobachten, dass zuvor gewerkschaftlich erkämpfte Absicherungen nun heutzutage wieder eingebüßt wurden. Da stelle ich mir dann die Frage, warum ich heute noch Lukas schließen soll. Genau deswegen. Weil seit 30 Jahren mit dem Neoliberalismus all das, was als irgendwie notdürftig errungender Klassenkompromiss in den festliegenden Industrienationen errungen wurde, verstopft wird. Also um einen Begriff davon zu bekommen, warum wir genau diese Formen der ökonomischen Rationalisierung, Auslagerung der industriellen Produktion, Präkarisierung aller möglichen Arbeitsverhältnisse auf allen Ebenen, damit dahergehend eine fortschreitende gesellschaftliche Ungleichheit und eine fortschreitende Ungleichheit der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums plus einer evidenten Krise der Demokratie auch überhaupt als politischer und gesellschaftlicher Form, wie man dem begegnen kann. Und als Phänomen 1923 kommt die Geschichte zum Klassenbewusstsein in Deutschland und als gültig für die festeuropäischen Industrienationen heraus. Ich glaube, wenn wir andere Teile der Welt uns anschauen, dort gibt es ein lebendiges Proletariat oder eine auch klassenbewusste Arbeiterbewegung. Es gibt auch Formen der Arbeit, auf die auch der traditionelle Marxismus abhebt. Und somit ist aus diesem Wechselverhältnis heraus, denke ich, ziemlich deutlich, dass Geschichte und Klassenbewusstsein eine weltweite Aktualität besitzt. Und das Interessante, das kann ich sagen, weil ich es ganz leicht nur kenne, ist, dass in Südafrika die Arbeiterbewegung erstens sehr stark ist, zweitens sehr intensive politische Diskussionen über die Ausrichtung der möglichen kommunistischen Partei, die einer Regierung mitsitzt oder einer Neugründung einer kommunistischen Partei, weil sie nicht wie in der Regierung die Repräsentation genug ist und so weiter und so fort mit den üblichen Fraktionierungen stattfinden. Aber dass eben in diesem Zusammenhang über, weiß ich nicht, wie viele tausend Kilometer Entfernung heraus, man über Geschichte und Klassenbewusstsein aktuell diskutieren kann. Und zudem, dort finden die Klassenaußnahmen in quasi klassischer Form statt, während es hier ja gerade in den letzten Jahren zu sehen ist, dass eine Zunahme der Kampfbereitschaft, der lohnabhängig beschäftigt, und ich glaube, mein Wechsel in der Terminologie spricht auf die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse an. Auch hier zu sehen ist, das heißt, die Frage des gesellschaftlichen Fortschritts und der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist auch hier tagesaktuell. Und da muss man dann, glaube ich, natürlich gewisse Veränderungen in der Konzeption vornehmen, die eben mit Geschichte zu tun haben. Und die gilt auch für Lukacs' Theorie, für den Zartkern seiner Theorie. Und interessanterweise tritt das aber in Geschichte und Klassenbewusstsein gar nicht auf. Und zwar hatte ich gestern ein Gespräch über die Arbeiterkämpfe in Argentinien, wo es so um diese Firmen- und Betriebsbesetzungen seit 2001 ging, nachdem dieser neoliberale Kurs halt ganz viele Auskürzungen und Insolvenz in den Firmen bedeutete. Und die ArbeiterInnen sich dann diese Räume der Produktion angeeignet haben und jetzt ihre eigene Art des Wirtschaftens dort praktizieren und das auf einer sozusagen egalitären Art und Weise, also basisdemokratisch. Und weiterführend gab es dann ja auch hier zum Beispiel bei Strike Bike 2007 so eine Bewegung, wo versucht wurde, nach der Insolvenz eines Betriebes dann von den ArbeiterInnen sich diese Firmen anzueignen. Und da hat sich dann auch schon wieder die Frage gestellt, welche Rolle nimmt so ein Prozess der Selbstermächtigung in einem weiteren Kontext ein? Also im Endeffekt ist das ja nur ein Moment von dem Weg in eine sozusagen befreite Gesellschaft, in der jegliche Machtstrukturen, Hierarchien abgelehnt oder wenigstens auf das Minimalste reduziert werden, in der eben jeder Mensch sozusagen gleich und selbstbestimmt sein Leben führen kann. Welche Rolle, wie man das vielleicht mit Lukacs spricht, sozusagen einordnen kann, welche Rolle so ein Selbstermächtigungsprozess der ArbeiterInnen bedeuten kann, in einem Gesamtkontext von Gesellschaftsveränderungen? Ich glaube, wir können da zwei Dinge mit sehen. Zum einen ist die theoretische Selbstermächtigung, also die Entwicklung des Klassenbewusstseins auch auf individueller Ebene, eine sehr wichtige Voraussetzung dafür, überhaupt zu wissen, warum man den Klassenkampf führt, warum die Lohnabhängigen eigentlich kämpfen außer der unmittelbaren Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Denn das ist auch etwas, was Lukacs betont. Es geht gar nicht darum, die Klassenkämpfe finden erst statt, es geht immer darum, dass Leute, Leute, Lohnabhängig Beschäftigte ihre Lage irgendwie verbessern oder versuchen das zu tun und die tun es in organisierter oder in unorganisierter Art und Weise. Wichtig und zentral, das ist, was ja noch der Rolle der kommunistischen Partei zuspricht, ist eben die Vermittlung auf das politische Ziel, wie er sagt, auf das Endziel der Überwindung der bürgerlichen oder der kapitalistischen, politischen und ökonomischen Verhältnisse. Und diese Vermittlungsleistung spricht eher der Partei, eben der kommunistischen Partei, zu, die entspringt nicht naturwüchsig jedem Bewusstsein derjenigen, die in den Klassenaufeinandersetzungen stehen. Die Bourgeoisie kann sich quasi automatisch auf die Funktionsweisen des Staates und ihrer Gesellschaft zurückziehen, des Proletariats oder die Lohnabhängigen können das eben nicht. Und auf dieses Moment der eigenen Stellung im Produktionsprozess und die Möglichkeiten, die Gesellschaft in den Fortschritt zuerst mal theoretisch zu, nicht unbedingt zu antizipieren, aber zu verordnen und begreifbar zu machen, das halte ich für einen sehr wesentlichen Prozess der Selbstermächtigung gegen die Erfahrung, der Lohnabhängigen gegen die Erfahrung der Vereinzelung und Isolierung, die ja auch zur bürgerlichen Ideologie oder zur Ideologie unserer Zeitalters, wenn auch bürgerlich ist, ist eine andere Frage, aber zur Ideologie unserer Zeit gehört. Das auf der individuell-theoretischen Ebene. Auf der anderen Ebene halte ich den Prozess der Selbstermächtigung in der Praxis für wesentlich. Eingehend, dass man eben lernt, man eben die Lohnabhängigen in dieser Gesellschaft, in konkreten gesellschaftlichen Umständen lernen können nach einer 30-jährigen andauernden Niederlage. Und die politische, revolutionäre Linke hat seit 1917 nur Niederlagen erlebt. Das nochmal dahin. Deswegen, glaube ich, müssen wir sehr, sehr kleinteilig und sehr, sehr vorsichtig vorgehen, wenn wir hier sprechen oder uns verschwören. Aber dass die Erfahrung der Praxis eben die eigene Lage verbessern zu können, gemeinsame Erfahrungen machen zu können und ein Individuum und ein Subjekt in einer Gesellschaft zu sein, die transformationswürdig ist und auch transformationsmöglich ist, halte ich für einen sehr essentiellen, zentralen Erfahrungs- und Ermächtigungsschritt und Prozess. Und ich glaube, der würde erstens mir Lukas nicht widersprechen, und zwar seine Gegenwart, aber bei uns, glaube ich, lässt sich durch ihn viel daraus sehen und erlernen. Du hast ja gerade die Partei, die kommunistische Partei, als vermittelnde Instanz zwischen ArbeiterInnen und dann der theoretischen Ebene, wo es dann halt nicht nur darum geht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern eine generelle Kritik auch zu äußern. Und da wiederum stellt sich aber in dem Blick auf heute bei mir die Frage, wenn nicht die Partei, die sozusagen in einer breiten Gesellschaft zu Wort kommt und die Linke Ansprüche hat und auch Gesellschaft kritisiert und kapitalistische Verwertungslogik, kapitalistische Umstände kritisiert, ja, das wäre ja die Linke. Und wenn die aber in der Realpolitik in Parlamenten sitzt, dann geht sie ja auch wieder Koalitionsverträge mit anderen Parteien ein und kann dann im Endeffekt keine radikale Politik mehr machen. Und da, finde ich, reibt sich der Gedanke mit Partei als revolutionäres Moment in einer Gesellschaft, als Vermittlung zwischen ArbeiterInnen und vielleicht auch TheoretikerInnen. Ja, zugleich kann man die ungewährte Frage stellen, ob wir in einem Zeitalter leben, in dem Revolutionskonzepte, wie wir sie dann von vor 100 Jahren kennen, noch überhaupt möglich sind. Also das muss, denke ich, mit Fug und Recht in die theoretische Diskussion aufgenommen werden, dass alles, was wir, und ich meine nicht nur dich und mich, sondern allgemein in einer irgendwie selbst erklärten radikalen Linken als radikal und revolutionär und so weiter vorausgesetzt wird, hat selbst seine eigene Geschichte, seinen eigenen Zeitkern und wird oftmals synonym gesetzt mit einer gesellschaftlichen Veränderung, mit einer Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse und allerlei Begriffen, wie ich sie auch benutze, die aber selbst, glaube ich, für die Gegenwart erklärungswürdig sind. Zudem glaube ich, dass es um eine bestimmte Form von Arbeit geht, die kritisiert ist, nicht der, dass es um eine entfremdete Arbeit in einer wahrenproduzierenden Gesellschaft geht, um Mehrwertproduktion und um dadurch bedingte Ausbeutungsverhältnisse und nicht um einen Stoffwechselprozess des Menschen mit der Natur, dass Dinge hergestellt werden müssen, um unser Leben und unsere Gesellschaft auch auf einem bestimmten, fortgeschrittenen Niveau zu reproduzieren. Und was die Partei Die Linke angeht, ist sie ja auch zum einen ein Produkt der Schwäche, dass die Linke in ihrer gesamten, nicht als Partei, sondern die Linke in der Bundesrepublik von einer gesamten Breite des politischen Spektrums doch so marginal ist und so in Fraktionskämpfen eingebunden, dass genau dies sich auch in der Partei Die Linke reflektiert und widerspiegelt und etwas anderes als diese Mosaik-Linke oder das ist ja die große Begrifflichkeit, mit der operiert wird oder als sie sich auch nach der Vereinigung von WSG und PDS versteht, ist nicht viel anderes möglich. Und in dem Sinne haben wir nichts anderes. Interessanterweise korrespondiert in einer gewissen Idee der Parteiarbeit, ich habe ein Papier von Landryxinger im Kopf, gewisse Gedanken der Parteiarbeit in der Linken, eben mit der lukatischen Konzeption von der Notwendigkeit von der Arbeit von Bewegung und Partei. Und zentral ist Biden, und das über die Spanne von 100 Jahren, dass nur eine fortschrittliche, linke, sozialistische, wie auch immer gerichtete Politik, der es um die Veränderung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, aber auch um die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und die Fragen politischer Teilhabe und so weiter geht, die einzige Kraft ist, die einer faschistischen Tendenz, die in der Gesellschaft vorherrscht, Einhalt gebieten kann. Und das ist eine äußerst dringliche Aufgabe der 1923 wie 2050. Ich setze auch einen Moment hinzu. Ich glaube, dass wir dies auch von Lukacs lernen können, dass es nicht darum geht, die Partei an sich zu idealisieren, zu fetischisieren, zu glorifizieren. Auch nicht die, die wir haben, sondern es geht um das Wechselverhältnis zwischen einer Bewegung und der Partei, aber sie stehen in einem Verhältnis zueinander. Aber in unserer Gesellschaft bedarf es und wir als politischer Linker mit einer politischen Kraft, wäre vollkommen Wahnsinn, die Möglichkeit parlamentarischer Beteiligung und auf der politischen Störungsebene auf die Ausgestaltung der Verhältnisse zu verzichten. So wie kompromisslerisch oder wie auch immer sie sind, wäre es wahnsinnig, sich aus Prinzipien und aufgrund von der Idee einer theoretischen Reinheit darauf zurückzuziehen und zu sagen, dass man dann besser nichts machen sollte. Und es bedarf natürlich der gesellschaftlichen Bewegung, um die Kritik an den Kompromissen und wie auch immer an der nicht so revolutionären, nicht so fortgeschrittenen, nicht so wie auch immer gestalteten radikalen Politik der Partei, die natürlich notgedrungen über ihre Konstitution, über ihre parlamentarische Eingebundenheit und in der Bundesrepublik über ihre Verfassungskonformität natürlich Abstrichen machen muss. Ob diese aber für eine fortschrittliche Politik schlecht sind oder hinderlich sind, ist noch eine andere Frage. Und da, glaube ich, muss man gar nicht maximalistisch werden. Und trotzdem bedarf es der andauernden Kritik. Die ist grundlegend und ich denke, dass da auf alle Fälle es in dem Begriff oder auch in der Existenzpartei einfach zwei Momente geben muss. Einmal das Moment der parlamentarischen Regierung, so dass man dort Mitspracherecht hat und dort auch wenigstens kompromissschritthaftig nach vorne oder nach seinen Beweggründen handeln kann. Aber dass es an der Basis sozusagen immer noch auch eine Kritik auch an der Partei und an den Kompromissen geben muss, um auch weiter nach vorne zu gehen und dann nicht an einem Punkt sozusagen stehen zu bleiben. Genau. Also ansonsten etabliert sich die Partei als einfach eine Partei wie alle anderen auch. Wo ich glaube, ich finde, in einem Moment ganz schlagend, wie für alle Antifaschisten und Radikalen ja sehr wichtig gewesen ist, die Frage zum Beispiel des NSUs, des nationalsozialisten Untergrunds und der landes- und bundesweiten Aufklärung davon. Ohne die Landesvertretung der Linkspartei in den Parlamenten, hätte es keine explizit antifaschistische und linke Möglichkeit der Aufklärungsarbeit gegeben. Hätten wir als Nicht-Partei-Gebundene und Nicht-Partei-Mitgliedschaft haben eine linke Möglichkeit, einfach unterstelle aus dem, was du sagst, keine Möglichkeit gehabt, außer so im Dunkeln zu stochen, wie man sonst so im Dunkeln stochert. Aber dieses Moment ist eminent wichtig, um aufzuklären über gesellschaftliche Verhältnisse und aber auch Zugang zu haben in bestimmte Positionen von gesellschaftlicher Regulation. Ich würde gerne noch diese eine Frage, weil mich das auch persönlich sehr stark interessiert, zu, weil du hast ja auch gar nicht mehr lange Zeit, oder eigentlich, sag, also ich würde... Ich frage. Warum habt ihr das Buch beim Verbrecher Verlag herausgegeben? Der Verbrecher Verlag kam in die Diskussion, weil ich angerufen habe und auf spontanes Interesse stieß. Und den Titel, klasse Geschichte Bewusstsein des Buchs, den habe ich beigesteuert. Der Untertitel, was bleibt von Georg-Lukatsch-Theorie, wurde vom Verlag zusammengefasst. Aber die Farbe des Buches, rot als Grund und mit gelber Schrift auf dem Titel, war es eine originäre Eingebung des Verlags. Und da beides so wunderbar korrespondiert, halte ich das Buch dort für in den besten Händen. Natürlich die Begeisterung des gesamten Verlags und dann auch von Jörg Sundermeyer für ein Buch über Lukatsch und auch ein Interesse daran. Es ist letztlich dazu gekommen, dass das Buch dort ein geschehenes Gesammelband, den ich ja nicht selber gemacht habe, sondern noch ein Dutzend weiterer Mitstreiter da.